Oh mein Gott, Zeynep, ich will auch dieses Princess Treatment, ja? Ein was? Hast du dich wieder verschluckt oder so? Princess Treatment, also so, er soll mir Blumen kaufen, meinen Nägel bezahlen und so Candlelight-mäßig, weißt du? Ah, mit dieser Candle Chaya oder so, wie die heißt. Sie heißt Candle Jenner. Was, so in Englisch, wieder Kreide holen, Zeynep. Was für Kreide? Candlelight Dinner, hab ich auf jeden Fall gesagt, so mit Katz und Mercedes, das. Was muss man dafür machen? Also schau, wir müssen so diese Feminen sein. Elegant, so Lady, auf Lady 2. Hä, aber wir reden doch immer so einen auf Süß-mäßig. Ja, ne, würde ich eigentlich auch so sagen. Jem ruft an. Hallo? Ey, Shanti, Ding, lass mal treffen. Jetzt auf einmal willst du dich mit mir treffen? Shanti, du musst diese Feminen machen. Oh mein Gott, du hast recht. Komm, gib mir her. Jetzt lern mal von mir. In den Abend gehen von deinem Vater kannst du dir auch sonst wo irgendwo rein. So, wer bist du eigentlich? So, okay, aber wer bist du eigentlich?